Herzlich Willkommen hier zum nächsten Video und diesmal live aus der Cloud 21. Der letzte Tag der Clan Kriegsliga steht an. Platz 1 gegen Platz 2. Hier ist es bis zum letzten Tag richtig spannend. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Recap. Jetzt kommen erstmal die ersten 6 Tage und dann ganz zum Schluss seht ihr, wie hier dieser Fight ausgeht. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis gleich. Ich habe wieder versucht die besten Fights von jedem Clan Krieg Tag hier raus zu suchen. Und was gibt es schöneres als mit einem Lava Loon Fight anzufangen? Ist für mich eine der schwersten und besten Angriffstaktiken im ganzen Spiel. Hier kommt man erstmal rein. Will oben den Single Inferno und natürlich die Luftabwehr rausnehmen. Dafür werden von oben der King und der Royal Champion geopfert. Natürlich muss man hier etwas aufpassen, dass der Single Inferno den Royal nicht allzu früh rausnimmt. Daher mit einem Frostarbeiten. Unten rechts das Rathaus wird von der Queen ohne Probleme rausgenommen. Ganz wichtig, die Queen sofort zünden, dass sie auch wirklich das Rathaus rausnimmt und dann erst sich um die anderen Gruppen kümmert. Die drei Helden haben hier richtig starke Arbeit geleistet. Der King auf der linken Seite ist noch voll dabei. Kann sogar noch gezündet werden. Heißt, er nimmt noch richtig viel raus. Von 1 bis 2 Uhr kommt jetzt der Lava Loon Part rein. Man muss natürlich hier auf beide Scatter Shots achten. Daher wird man gleich vom Zeppelin auf den Stoneslammer, auf den Felsenwerfer umschwenken, um einfach dann mit diesen Richtung Adler zu ziehen und drinnen die zwei Stoneslammer rauszunehmen. Da muss man wirklich vorsichtig mit umgehen, sonst sind alle Loonz einfach weg. Der zweite Stoneslammer schießt jetzt auch noch auf die Loonz. Da muss man den Worten rechtzeitig zünden, aber schaut es euch an. Er kommt einfach nicht hinterher, kommt nicht so richtig aus dem Knick. Das kennt man leider nur zu gut. Jetzt wird er Worten gleich gezündet, leider außen, wo überhaupt nichts Relevantes rumfliegt. Leider verschwendet. Er hätte einfach wesentlich weiter oben sein müssen. Da bei den Loonz, die gerade im Wu Zauber fliegen. Sehr schade. Er schafft es hier trotzdem noch mit dem Drachen in der Mitte den X-Bogen rauszunehmen, was ganz ganz wichtig ist. Jetzt hat er noch so viele Minions und Welpen hier am Leben. Die müssen dann den Rest der Base irgendwie platt machen. Schaut es euch an. Der Worten wird durch die Luftabwehr rausgenommen. Der Drache wird dann rausgenommen. Die Loonz werden rausgenommen. Richtig ärgerlich. Aber wenn man genug Truppen mit dabei hat, dann ist das überhaupt kein Problem. Und man kommt hier trotzdem auf seine drei Sterne. Richtig starker und enger Fight. So muss es sein. Richtig klasse. Also die drei Sterne hier eingefahren. Und der Sieg natürlich am ersten Tag 33 zu 32. Ein paar Einsterne-Fights sind immer mal mit dabei. Man muss es trotzdem durchziehen. Wenn man immer versucht, das Ding hier zu gewinnen, kann es natürlich ab und an mal passieren, dass nur ein Stern dabei rauskommt. Jetzt haben wir hier einen schönen Kill-Squad mit Schweinereiter-Fights mit von der Partie. Die Base ist natürlich wunderbar dafür geeignet. Drei Single-Infernos. Was will man mehr? Man muss also nur noch auf das Rathaus aufpassen. Auf die Scatter-Shots aufpassen. Und den Rest, den erledigen die Schweine von ganz alleine. Man kommt jetzt also hier Richtung Rathaus erstmal mit einem kleinen Yeti-Smash. Und seinen Helden natürlich. Der Royal Champion wird dann hinter den Schweinereitern gesetzt. Jetzt mit dem Supermauerbrecher erstmal den Weg Richtung Rathaus geöffnet. Man kann hier die Queen rausnehmen. Man kann den Royal Champion rausnehmen. Das Rathaus, den Scatter-Shot, den King. Also richtig viel, was man hier alles aus der Base rausnehmen kann. Und natürlich, was ganz wichtig ist, auch die Clanburg. Von oben kommt man dann mit einer Baracke in das Spiel rein. Kann die Base dadurch etwas schmaler machen. Die Schweinereiter kommen dann super zusammen oben Richtung Single-Inferno. und rücken vor. Wichtig ist oben, wie gesagt, dass man den Scatter-Shot relativ frühzeitig aus dem Spiel nimmt. Oder durch eine der vier Frost-Zauber, die man mit dabei hat, einfach kalt stellt. Hierbei ist das Timing ganz, ganz wichtig. Wenn ein Magier-Turm auf die Schweine schießt und noch der Scatter-Shot, sind sie sehr, sehr schnell weg. Konnte man oben gerade sehen, wie schnell die einfach weg waren. Also, wie gesagt, richtig vorsichtig und frühzeitig die Frost-Zauber beim Scatter-Shot werfen. Wenn er gegen den Royal geht, ist es nicht ganz so schlimm. Der hält einiges aus. In der Baracke hat man auch noch Schweinereiter, die dann von hinten kommen und zur Unterstützung eilen. Hinten raus hat man jetzt nur noch den einen Magier-Turm, der irgendetwas gegen so viele Truppen ausrichten könnte. Den Royal noch gezündet. Das heißt, hinten raus sind die Gegner schnell weg. Die Queen hier noch mit von der Partie. Kann sogar noch gezündet werden. Ein Frost zu viel mit dabei, den hätte man überhaupt nicht spielen müssen. Richtig starker Fight. Kompletter Overkill hier. Richtig nice. Und man hat auch locker den zweiten Tag gewonnen. Mit 35 zu 30. Ein ganz klares Ergebnis. Schaut es euch an. Ohne Probleme ist man hier durchmarschiert. Und man hat es diesmal auch geschafft, 5 Reihards einzufahren und nicht einen 1-Sterne-Fight. Richtig starke Leistung von allen. Natürlich gibt es auch Queen-Walk-Hybrid-Fights. En masse hier in der Cloud. An dem Fight fand ich hier super, wie der Weg Richtung Rathaus gesehen wurde. Und die Queen das ohne Probleme rausnimmt. Mit dem ersten Supermauerbrecher die erste Reihe geöffnet. Mit dem zweiten dann natürlich hinten raus noch eins geöffnet. Und man versucht dann sogar noch hinten Richtung Single-Inferno zu kommen. Auf der rechten Seite mit einem Baby und zwei Loons. Schon etwas aufgeräumt für die Queen, dass sie auch wirklich reinzieht. Das ist ganz, ganz wichtig. Da der Babydrache leider hier das Lager stehen lassen hat, spielt man noch den King, um die komplette rechte Seite freizumachen. Das ist richtig gut reagiert. Hätte man hier den King nicht gespielt, hätte es passieren können, dass die Queen nach rechts zieht Richtung Lager. Gott sei Dank kommen aber ja auch die Eis-Golems raus und ziehen die Queen rein Richtung Rathaus. Und der nächste Maubrecher, der da nachher gespielt wird, zieht die Queen weiter nach links. Das ist schon mal ein super Laufweg für die Queen. Wie gesagt, jetzt kommt hier rechts der König mit ins Spiel, um einfach die komplette Seite so freizumachen, dass die Queen in dem Compartment von dem Rathaus drin bleibt. Ganz, ganz wichtig. Auf der rechten Seite wird dann die Baracke gespielt mit dem Pika und den Magiern. Die rechte Seite runter nach 6 Uhr, alles frei gemacht. Das heißt, die Schweinereiter und die Mina können dann natürlich hier Richtung Bogieturm gezogen werden. In der Clanburg kommen dann noch zusätzliche Schweinereiter mit in den Fight rein. Wenn man dann unten bei den Teslas ist, muss man Obacht geben. Dort ist ein Magierturm und ein Scattershot. Das heißt, auf die Schweine muss hier richtig gut aufgepasst werden. Oben jetzt der super Mauerbrecher, wie gesagt, schon für die Queen, dass sie dann reingeht Richtung Single-Entfernung und auch den Royal Champion rausnehmen kann. Der Worden hier zur perfekten Zeit gezündet. Da, wo der Scattershot richtig aktiv ist, hat man den Worden gezündet. Und auch der gegnerische Royal Champion kann hier ohne Probleme rausgenommen werden aus dem Spiel. Und dann könnt ihr schon sehen, nicht mehr viel übrig von der Base hinten. Die Single-Entfernungs können dann natürlich nicht mehr viel anrichten. Und das Ganze hier wieder ein kompletter Overkill. Die Queen kann auch gezündet werden, der Royal Champion kann auch gezündet werden. Also richtig starke Fights hier von der Partie. Und ich habe natürlich auch alle anderen Fights hier aufgenommen. Und die werden wir uns dann in den nächsten Wochen nach und nach anschauen. Mal schauen, was wir da für Anleitungen alles draus basteln können. Und auch der nächste Tag hier ohne Probleme mit 33 zu 31 gewonnen. Sehr schön, sehr konstante Leistung, muss man einfach sagen. Drei Dreier, keine Einer, richtig klasse. Und auch Ring-Bases kommen immer wieder zum Einsatz. Und Crusader schafft es hier ohne Probleme mit seinem Queen-Walk-Hybrid-Fight, die drei Sterne zu holen. Ganz wichtig, er lockt erstmal oben die gegnerische Clan-Walk. Holt sie dann unten, wo nicht so viel Feuerkraft ist. Ganz locker mit der Queen in aller Seelenruhe raus. Auch hier natürlich wieder wichtig, den Gift nicht zu früh werfen und nicht dahin, wo er ihn hingeschmissen hat. Den Gift immer etwas hinter die Queen oder mindestens auf die Queen. Dann bekommt man alle Welpen mit einmal raus. Hier bleiben einfach zu viele am Leben und lenken die Queen etwas zu lange ab. Da er aber am Ende die drei Sterne holt, hat er natürlich erstmal nichts falsch gemacht. Auf der linken Seite mit einem Supermauerbrecher hier für den King und den P-Karten mit den Magiern dahinter. Die Seite komplett aufgemacht, können dann schön alles rausholen. Und wenn man dann nur noch drei Gebäude hat, kann man hier mit seinen Minern in die Base rein. Mit den Schweinen aufpassen, wie gesagt, der Sketa-Shot ist dort ganz, ganz wichtig. Hinten den Multi noch gefrostet, sehr schön. So kann auch der Adler, wenn er einschlägt, nicht mehr viel ausrichten. Den wurden meiner Meinung nach etwas zu früh gezündet. Aber wie gesagt, er holt ja hier locker die drei Sterne. Schön ist hier, die Schweine ziehen nach außen. Die Miner bleiben drin beim Rathaus, sind ja von der Rathausbombe nicht so stark betroffen, da sie ja unten drunter durchtauchen. Könnt ihr sehen hier, die Queen ist noch wunderbar auf der rechten Seite mit von der Partie. Ab und an mal wird ein Loon reingespielt, um eventuelle Luftminen rauszunehmen. In der Mitte noch so viel am Leben. Ein richtiger Overkill hier auch wieder am Start. Alle Fights bisher immer gegen Max Rathaus 13. Alles komplett ausgebaut und jedes Mal ein Overkill. Also richtig starke Leistung von allen. Auch der nächste Sieg hier 35 zu 29. Richtig viele Dreier. Respekt. Und auch wieder geschafft, keinen Ein-Sterne-Fight mit dabei zu haben. Und wenn ihr gerade richtig aufgepasst habt, das war Platz 3 aus der Liga. Also auch ein Hochkaräter. Im nächsten Fight ein Yeti-Bet-Fight. Hat man auch sehr, sehr viele hier mit am Start gehabt. Muss man wirklich sagen. Die sind richtig cool. Irgendwie schaffen sie es auch immer wieder, dass die Bets bis zum Schluss am Leben bleiben und mit aufräumen können. Ich habe es einige Mal probiert. Bei mir sind die Fledermäuse so schnell weg. So schnell kann ich gar nicht gucken. Lässt sich hier schön lange Zeit, um unten aufzuräumen. Kommt dann von oben noch mit einem Yeti-Blimp Richtung Scattershot. Richtig krass. Dass es überhaupt so weit fliegt. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Schade, dass hier der Adler nicht noch aus dem Spiel genommen hat. Das wäre natürlich eine richtig geile Aktion gewesen. Jetzt startet unten der Yeti-Smash-Bad Richtung Rathaus. Der King auf der rechten Seite, dass die Truppen auch wirklich in der Mitte bleiben. Den Giftzauber, den muss man hier schön setzen. Gegen die Hexen, gegen die ganzen Skelette, dass die schnell weg sind. Um mit den Yetis schnell reinzukommen in das Rathaus. Wenn ihr hier mal richtig gut beobachtet habt, seht ihr, dass viele Magier-Türme alle unten beim Rathaus stehen. Und die natürlich super abgelenkt werden können. Und auch relativ schnell raus sind. Die Queen jumpt hier Gott sei Dank noch schön in das Compartment, wo die ganzen Truppen sind. Besser kann man es ja gar nicht haben. Das Schöne beim Scattershot. Er kann nicht alles, was über ihm ist, angreifen. Das heißt, man kann hier einfach die Fledermäuse auf den Scattershot setzen. Und er kann eigentlich so gut wie gar nichts machen. Nimmt da oben alles raus aus der Base. Und ihr sehen könnt, nur noch ein Magier-Turm da oben, der irgendwie etwas ausrichten kann. Auf der rechten Seite noch einer. Aber man hat ja den Royal Champ mit von der Partie. Den wird oben einfach so gespielt, dass der Magier-Turm den Royal Champ angreift. Nicht die Fledermäuse. Etwas aufpassen, dass der Single-Inferno nicht eventuell doch den Royal rausnehmen kann. Die Fledermäuse haben wohl super Arbeit geleistet. Konnten hier den Royal so lange schützen, dass er ohne Probleme noch die restlichen Verteidigung mit seiner Ability rausnehmen kann. Alle Helden hier mit am Start richtig klassified von Knockout. Und auch dieser Tag ist locker gewonnen worden. Mit 34 zu 31. Von den Prozenten her war man hier auch wesentlich besser als die Gegner. Und auch hier hat man es wieder geschafft, keinen 1-Sterne-Fight zu machen. 4-3er. Richtig krasse Leistung. Den nächsten Fight hier habe ich rausgesucht, weil er richtig stark im Queen-Walk ist. Was der alles rausnimmt. Richtig gute Leistung. Den King. Die beiden Scatter-Shots. Und den Weg natürlich hier oben für den Hybrid-Part. Super vorbereitet. Der zweite Supermauerbrecher soll die Queen Richtung Altar vom König lenken. Schafft es leider nicht. Die Queen läuft außenrum. Das heißt, der Multi kommt zusätzlich noch auf die Queen mit drauf. Das war definitiv nicht so geplant. Hat aber trotzdem hinten raus super funktioniert. Den Wutsauber-Fan zur rechten Zeit geschmissen, bevor der King hier auf die Queen geht. Jetzt hat sie etwas zu tun mit den drei Eis-Golems. Hier wird auch gleich noch ein Wut gespielt, um erstmal die Sache zu beschleunigen. Und die Queen hier wieder auf volle Lebensenergie zu bekommen. Richtig viel, was gerade auf die Queen hier alles eintrischt. Da lobt man sich doch ein paar Hexen. Die sind relativ schnell weg. Man spielt sogar auf der rechten Seite noch eine Magie, um hier den Minenwerfer rauszunehmen, um die Queen am Leben zu halten. Aber jetzt beide Scatter-Shots mit von der Partie. Auf der linken Seite kommen dann der King und der Pega aus der Clanburg raus. Und können die Seite schön vorbereiten für den Hybrid-Part. Hier auch wieder ganz wichtig. Erst die Mina, dann die Schweinereiter. Ganz, ganz wichtig. Die meisten hauen einfach alles drauf und wundern sich, warum die Schweinereiter alle schon weg sind und nicht mehr im Heilzauber mit drin sind. Die Queen hat wie gesagt richtig viel rausgeholt. Sehr, sehr starke Leistung. Hier rechtzeitig den Boden gezündet, um die Schweinereiter und die Mina vor der Explosion des Rathauses und des gleichzeitigen Einschlags vom Adler zu schützen. Das war super Timing. Der King und der Pega räumen, rausen richtig gut auf. Die Magier laufen hinterher, holen die ersten Gebäude hinter der Mauer raus und halten dadurch die Mauer. Die Mauer, sag ich schon, die Base richtig klein. Schaut euch an, wo die Truppen sind. Die sind alle im Heilzauber, also richtig starke Leistung. Auch von der Queen am Anfang. Das war wirklich klasse. Jetzt muss man hinten raus noch auf die ganzen Multis aufpassen. Aber durch die ganzen Truppen haben die natürlich auch keine Chance. Und das war hier der nächste Overkill. Richtig starke Leistung. Und natürlich auch wieder ein Sieg mit 32 zu 30. Diesmal war man nicht ganz so gut. Ein paar Einer mit dabei. Das muss man natürlich immer in Betracht ziehen. Jetzt haben wir genau noch einen Fight. Und der entscheidet über Sieg oder Niederlage. Emre kommt hier mit seiner Queen rein. Das ist der letzte Fight aus dem siebten Tag. Ein richtig geiler Fight. Bis zum Schluss komplett spannend. Also schaut ihn euch an. Ich will einfach ruhig sein. Genießt es. So viel Mut muss man erstmal haben, so einen Fight zum Schluss abzuliefern. Richtig geil dieser Typ. Schaut es euch an. Ich bin jetzt einfach mal ruhig. Und lasst es euch genießen. Also wir sehen uns dann morgen beim nächsten Fight. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.